Die Frauen sind ja auch nicht glücklich unter dem Umstand, was sie jetzt haben. Und es fehlen wirklich die starken Männer. Diese Männlichkeit, die wird momentan in dieser westlichen Kultur mit Füßen getreten. Ganz bewusst auch zerstört, sagt ihr ja, Social Engineering. Und darunter leiden letztendlich aber eben beiderlei Geschlechter und vor allen Dingen die Kinder. Das ist das Problem. Und wenn wir uns mal überlegen oder anschauen, was für Folgen das jetzt hat, dass also Kinder vor allen Dingen unter Vater aufwachsen. Es fehlt sozusagen der Gegenpol. Also Ying und Yang, wir brauchen beide Pole. Denn nur zwischen beiden entsteht sozusagen diese Spannung des Lebens, diese Polarität. Und wenn ein Pol zu schwach ist, dann muss der Gegenpol, ich sage mal, einerseits das kompensieren, in dem Fall jetzt die Frau. Aber das führt dazu, dass sie auch schwach wird, weil sie quasi ihre Weiblichkeit ein Stück weit aufgeben muss, um auch männliche Aufgaben zu übernehmen. Und das sehen wir ja auch. Also wozu hat das im Grunde geführt, diese Entwicklung, die wir jetzt seit über 200 Jahren haben? Sie hat dazu geführt, dass ich sage mal, die traditionelle Familie, ich will noch gar nicht mal von den Großfamilien sprechen, sondern die traditionelle Kernfamilie mehr und mehr zerstört wird. Das heißt, immer mehr alleinerziehende Mütter. Also ich glaube, die Zahlen, die letzten, die ich gehört habe, dass allein in Deutschland über 1,4 Millionen Kinder ohne Väter aufwachsen. Also alleinerziehend. Ja. Das heißt, es gibt also immer mehr alleinerziehende Mütter, die natürlich auch unter dieser Last, das ist ja auch eine Last für sie, auch leiden. Obwohl sie gerne mit ihren Kindern zusammen sind, aber sie haben natürlich dann das Problem, sie müssen im Grunde den ganzen Alltag auch irgendwie wuppen. Und vielleicht auch noch nebenbei arbeiten gehen, um irgendwie die Familie zu ernähren, wenn jetzt der Vater das nicht zahlt oder was auch immer. Die Folge ist aber, weil aufgrund dieser, ich sage mal, des Gegenpols, der einfach fehlt, haben wir auch, also ich habe jetzt mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, über die ich auch lange nachgedacht habe, beziehungsweise die ich auch immer wieder beobachte. Unter jungen Menschen vor allen Dingen zunehmende Unreife. Das hat verschiedenste Gründe, natürlich spielen da auch Traumatisierungen, Traumamuster eine große Rolle, aber eben auch, dass, sage ich mal, das männliche Vorbild fehlt. Ja, das heißt also, dieses Thema, wie übernehme ich Verantwortung? Ja, viele junge Menschen haben Angst, die haben einfach Lebensangst. Die sind eingeschüchtert, vielleicht auch schon gebrochen und es fehlt so ein bisschen so derjenige, der sagt, komm, hier, ich bin dein Vorbild. Also er sagt das so nicht, aber er lebt es dann so vor und lebt vor, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung heißt ja auch dienen für andere da sein. Ja, wenn man eine Familie hat, dann ist man ja auch in einer dienenden Haltung. Weil wenn man jetzt nur, sagen wir mal, in seinem Ego ist, dann funktioniert es nicht, dann würde es sozusagen auseinanderfliegen jedes Mal. Das ist ja auch noch ein Thema. Das heißt, aufgrund dieser fehlenden Verantwortung sind die Menschen sich selbst überlassen. Und es ist ja ganz klar, dass Menschen, die keine erwachsenen Vorbilder um sich haben, was tun die? Die orientieren sich an den Gleichaltrigen, in den Krippen, in den Kindergärten und in den Schulen. Das heißt, das Reifeniveau sinkt immer weiter runter. Auch das Bildungsniveau sinkt immer weiter runter. Man darf nicht denken, weil wir jetzt alle Informationen durch das Internet zur Verfügung haben, dass wir dadurch besser informiert sein. Nein, es geht um die Art, wie wir mit Informationen umgehen. Das heißt, die Denkweise, die ist sozusagen beeinträchtigt. Das heißt, wir haben im Grunde auch einen Werte- und Kulturverfall. Das können wir überall beobachten. Das heißt, die klassischen Werte, männliche Werte, wie zum Beispiel Tugend, Pflichtgefühl, Sittlichkeit, Ehrgeiz, Disziplin, aber auch Geistigkeit, Fortschrittsstreben und so weiter, die gehen immer mehr zurück. Und zwar mehr und mehr in der Weise, dass wir heute so eine Art Spaßgesellschaft sind. Dass wir eine Spielegesellschaft sind. Wie viele Menschen machen Gaming weltweit? Also Gaming ist, wenn man das jetzt global betrachtet, ich glaube, über eine Milliarde Menschen spielen regelmäßig im Netz. Das ist eine Riesensäule im Rahmen des Internets. Neben jetzt Unterhaltung und Ausbildung oder Education und Entertainment. Ja, das heißt also, dieses spielerische Verhalten noch in einem erwachsenen Alter, das hat zugenommen. Genauso auch dieses ganze Spaß haben heißt ja auch für manche, weil sie schon sehr früh abgestumpft sind, Drogen nehmen. Drogen muss ja nicht immer nur Alkohol und Zigaretten sein. Das kann ja auch digitale Drogen bedeuten. Das kann Pornografie bedeuten. Ja, das heißt also, diese Flucht in irgendwelche virtuellen Welten, wo man selber der Held sein kann, wo man jetzt nicht so einen starken Selbstwert braucht, weil man hier ja eigentlich nur konsumiert, hat auch damit zu tun. Denn ein echter Mann oder Männlichkeit bedeutet ja auch, dass du Selbstbewusstsein entwickelst, dass du Herausforderungen annimmst. Aber wenn du sagst, nee, ich stelle mich diesen Herausforderungen nicht, im Sinne von, ich will erst die Belohnung und vielleicht mache ich da noch ein bisschen Arbeit. Nein, die Reihenfolge lautet doch, erst mal dich bemühen, anstrengen und dann bekommst du auch eine Belohnung. Dann entwickelst du dich. Aber wir sind eine Gesellschaft geworden, die ohne nur noch Dopaminkicks sucht. Und wenn da nicht Einhalt geboten wird, dann degenerieren wir immer schneller, weil wir im Grunde nur noch in so einer Art Dauer-Dopaminschleif uns befinden und träge werden, uns nicht mehr bemühen wollen. Das sehe ich bei vielen Kindern schon. Wenn die schon zu früh mit den Videosachen oder Handys zu tun haben, das ist ja das Problem. Und da fehlt wirklich jemand, der ganz klar sagt, so, das ist jetzt Schluss, klare Regel. Also sozusagen das Männliche, das die Regeln ganz klar einhält und auch dafür sorgt, dass die Regeln eingehalten wird. Also diese Regeln aufstellt und dafür sorgt, dass die Regeln eingehalten wird. Das heißt, diese Vorbilderfunktion, also diese Werte, Fleiß, Disziplin, Klarheit und so, das sind eher so männliche Tugenden, das fehlt immer mehr. Und so siehst du es auch. Und die Jungs orientieren sich dann im Grunde an Filmen, an irgendwelchen, keine Ahnung, Schauspielern, Musikern und affen die irgendwie nach. Letztendlich, wir lernen ja immer durch Vorbilder. Kinder lernen durch Vorbildfunktionen. Die suchen sich ihre eigenen Vorbilder. Und wenn ich mir angucke, was es da für sogenannte Vorbilder da draußen gibt, das ist schlimm aus meiner Sicht. Das ist schlimm. Jedenfalls, wenn man das immer so quantitativ betrachtet. Was haben wir noch? Viele Männer sind auch sehr verunsichert. Und zwar vor allen Dingen im Umgang auch mit Frauen. Weil sie ja nicht wissen, wie muss ich mit Frauen umgehen, weil sie jetzt nicht unbedingt jemanden als Vorbild hatten. Und viele denken ja, wenn sie so einen auf Macho machen und was man so heute so irgendwo vorgespielt bekommt, das sei jetzt Männlichkeit, so dieses Rumgehabere. Und das ist natürlich auch eine sehr unreife Form von Männlichkeit, wenn man jetzt versucht, so eine Frau zu bekommen. Und umgekehrt haben auch viele Frauen, das ist auch ein Grund, warum viele Beziehungen sehr schnell wieder kaputt gehen, spätestens wenn die Kinder da sind. Viele Frauen spüren irgendwann die Unreife der Männer, weil sie nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, sich zu verpflichten. Wollen einfach nur spielen sozusagen, wie große Jungs. Das heißt, auch der Gräuel und der Hass der Frauen gegen solche unreifen Männer ist ja natürlich auch da. Und das führt dazu, dass natürlich die Frau sich ausgenutzt fühlt, im Stich gelassen fühlt, vor allen Dingen, wenn sie jetzt ein Kind schon erwartet und der Mann sagt, ach nee, doch nicht und haut dann ab. Dann zeigt das Unreife auf der Seite des Mannes. Und die Frau ist dann entsprechend natürlich tief enttäuscht. Das hinterlässt natürlich auch seine Spuren. Und auf diese Art und Weise entstehen eben diese alleinerziehenden Konstellationen. Und die Leidtragenden am Ende sind wieder mal die Kinder, die dann eben nur, sag ich mal, unter einem Pol aufwachsen, der aber auch schon, sag ich mal, traumatisiert wurde. Und das ist ja das Verrückte. Wir männlich und weiblich sind polare Gegensätze, die gleichzeitig aber einander brauchen. Das ist ja das Verrückte. Das geht ja nicht um entweder oder. Wer so denkt, hat es noch nicht verstanden. Nur wir sehen heute, dass wir heute kein gutes Gleichgewicht mehr haben. Heute ist das Gleichgewicht zugunsten der rein weiblichen Energien verschoben worden. Was verständlich ist, wenn man überlegt, wie es davor war. Ich sag mal, zur Zeit des Krieges, da war es extrem männlich, also wo wir so eine Diktatur hatten. Das ist übertriebene Männlichkeit. Das ist auch nicht das Schöne. Das heißt, es ist im Grunde für jede Generation immer wieder aufs Neue eine Herausforderung, ein passendes Gleichgewicht zwischen diesen beiden Kräften zu finden. Und wir loten da im Grunde auch gesamtgesellschaftlich das gerade aus, aus meiner Sicht. Wir haben also wirklich jetzt die Zeit der Monarchien, die dann auch die Kriege geführt haben. Wobei ich jetzt sage, die Monarchien waren die Ursache für die Kriege. Aber einfach nur, da war es sehr militaristisch ausgerichtet. Und jetzt haben wir dann im Grunde nach Ende des Zweiten Weltseis eine komplett gegenteilige Bewegung. Wo es dann also wirklich um die Stärkung des Weiblichen ging, um diese sogenannte Emanzipation und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen das andere Extrem ausgelohnt und merken aber auch, das kann es auch noch nicht sein, wenn man es ins Extreme treibt. Und die Kunst ist es ja jetzt zu schauen, okay, was muss jetzt geschehen, damit wir ein dynamisches Gleichgewicht zwischen den beiden Polen hinbekommen. Ich hatte es ja auch schon mal gesagt, es geht um das Thema Gruppenethik, Individualethik, Universalethik. Und bei diesem letzten Schritt, wie schaffen wir es, wieder ein Gleichgewicht hinzubekommen, auch zwischen männlich und weiblich. Das ist unsere aktuelle Herausforderung. Und da muss man einfach ganz klar die Sachen erstmal benennen, dass momentan das Männliche, diese Kastration, man könnte auch sagen, es ist eine Art von Aggressionshemmung, die unterdrückt wird, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, die nimmt den Männern im Grunde auch ihren Antrieb, ihren Handlungsimpuls und lässt sie träge zurückfallen, wie so ein Konsument. Und das ist ja auch eine Situation, dass viele Menschen heute träge, faul sind, Konsument sind, also Dopamin sozusagen, verwöhnt sind, weil sie nicht gelernt haben, sich für ihre Belohnung auch vorher anzustrengen. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach diese Website www.fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020